hallo und herzlich willkommen zu einem neuen diamond painting video und zwar habe ich hier produkte von one day saving für zwei videos tüte kann weg wie gesagt ich habe sachen für zwei videos das hier ist jetzt teil 1 und im teil 1 in diesem video werde ich auch etwas zeigen was ich verlose ich überlege nur gerade ob ich das in diesem video verlose oder im nächsten ich glaube ich werde das in teil 2 ich zeige euch jetzt was es ist ich werde das in teil 2 verlosen und werde hier irgendwo einen teil des lösungswortes im video verstecken dass ihr dann in teil 2 zusammenfügen müsst dann schreibt ihr mir es im teil 2 hin und dann könnt ihr mitmachen so machen wir es mal ein bisschen mal ein bisschen interaktion ist hier gefragt ich zeige euch mal das habe ich bekommen extra für euch von one day saving dürfte ich mir was aussuchen und da dachte ich ich nehme etwas das kann ich in einen briefumschlag verschicken das ist dann auch schnell bei euch und zwar ein notizbuch da ist ein toolkit mit dabei mit zipbeuteln sogar dann sind hier die steinchen mit dabei super schöne pastellige töne auch und das hier ist das notizbuch das ist zu bepainten da ist ein lama drauf ein regenbogen doch ein lama oder ist das eine alpaka bin mir nicht sicher es könnte auch ein alpaka sein ich glaube das ist ein alpaka egal auf jeden fall so was super niedliches ist drauf das ist zu bepainten innen drin sieht das ganze dann so aus finde ich total schön weil oben da kann man dann auch noch das datum hin machen dann kann man hier ankreuzen was für ein wochentag ist dann ob es geregnet hat oder die sonne scheint wie auch immer und dann kann man sich hier so seine notizen festhalten finde ich total schön und oben kann man es dann eben noch bepainten das dachte ich könnte was für euch sein und dann wollte ich noch was richtig cooles für euch verlosen etwas was es jetzt neu im shop gibt und zwar einen super schönen stift und da habe ich den hier ausgesucht den habe ich selbst jetzt noch gar nicht da aber egal ich dachte der ist was für euch mit diesen super schönen pinken blumen hier drin der hat mir so gut gefallen mega schön genau mit verschiedenen aufsetzern den könnt ihr auch noch gewinnen ich dachte das ist cool da sind die meisten scharf drauf immer auf diese stifter und das könnt ihr dann gewinnen passt auf hier irgendwo ist ein teil des lösungswortes das ich jetzt zum aktuellen zeitpunkt selbst noch nicht weiß ja war jetzt spontan dann habe ich noch was gefunden das gibt jetzt auch neu im shop es gibt drei verschiedene varianten ich habe jetzt mal das hier genommen in blau mit den süßen häschen drauf und zwar sieht das so aus finde ich total cool ist eine schöne sache hätte man mal eher drauf kommen können aber ich bin auch nicht drauf gekommen und zwar ist das so ein säckchen das kann man dann halt auch hier oben zu machen mit diesem und dann kann man das hier halt auch festmachen und da kann man dann dass seine bilder rein machen dass da nichts dran kommt finde ich total cool dann rollt man die einfach zusammen steckt die da rein je nachdem wie groß das bild ist passen dann da auch mehrere bilder rein und dann hat man die alle schön gut verstaut weil ich lager die jetzt gerade aktuell so auf meinem schränkchen aber ist auch nicht immer so optimal ich habe auch einen hund und wenn der sich dann schüttelt dann wehen da auch gerne mal die haare rum nicht so optimal und dann könnte ich die immer schön zusammen machen könnte ich die da drin verstauen ich habe mir noch eins bestellt in rosa und dann habe ich das immer gut beisammen dann fliegt nicht alles so rum finde ich einfach gut dann ist es besser organisiert genau und dann habe ich noch was für weihnachten bestellt eine weihnachtsdeko aus holz das sieht so aus da ist dann halt wie gesagt holz das ist dunkles holz gefällt mir und hier klar hier ist ja kein kleber hier hält das dann nicht das hier ist zu bepainten gefällt mir schönes stabiles dunkles holz das ist auch schön glatt cool und dann noch mal das gleiche dann hat man hier so ein teilchen das muss dann in die mitte so was ist das plexiglas oder so das klebt man dann eventuell so zwischen rein andersrum vermute ich so und dann kommt das hier so dran mein gott das ist ja dann das ist ja mords stabil leute und dann wird das aus den holz wie heißt das holzsockel hier dann so dran gemacht ach gott ist das schön ach das ist ja wirklich super schön das total hochwertig cool gibt es verschiedene varianten davon toolkit auch das ist jetzt also da freue ich mich drüber das ist ja wirklich wahnsinnig schön so sieht das dann aus mit den perlen also so sind die perlen wenn die freu ich mich das hält dann auch ein paar jahre das ist schön das lohnt sich leute dann auch das ist so schön man schimmert das dann hier so durch dann die lichter da freue ich mich jetzt aber wirklich drüber und dann kommen wir zum ersten bild toolkit das sind die steine ja es ist halt fast nur blau es sind runde steine trotzdem hat mir das bild total gut gefallen stehe ich ja drauf 30 x 30 cm 23 farben gefühlt aber nur blau und ein bisschen rosa das ist cool schaut mal die grinsekatze aus dem film da kann man jetzt auch super gut in die augen da noch strass einarbeiten habe ich ja schon mal gemacht ich finde das total cool mir hat es gefallen vorschaubild das sieht man jetzt nicht so viel drauf da wäre natürlich ein light pad ganz gut ach cool ich finde es schön bild nummer zwei das hier sind die steine auch runde steine alles in zip beuteln gut verpackt toolkit und da habe ich wieder eins von diesen super niedlichen bärchen genommen 22 farben 30 x 30 so sieht das aus ist das schön mit dem knallroten hintergrund da ist die rose ob man das dann da so gut sieht aber da hatte ich mir überlegt könnte man auch die rose einfach in straß stein machen und die so ein bisschen als highlight des bildes hervorheben mit straß stein man kann mal ein bisschen was ausprobieren hat mir gut gefallen mit diesem doch ziemlich realistisch gestalteten teddybärchen und dann diesen einfachen comic hintergrund in rot dann so sieht es aus legende finde ich sehr niedlich bild nummer drei das ist 30 x 40 cm hat eckige steine so sehen die aus ein bisschen farbenfroher ist es und das ist auch finde ich persönlich eher so ein frühlings sommer bild aber es ist schneller wieder frühling und sommer wie man gucken kann oder man möchte einfach sich so ein bisschen den sommer den frühling wieder ein bisschen zurückholen hat 22 farben und sommer sind die ein kettchen super niedlich hängt so ein bisschen im ast das gefällt mir nicht ganz so gut das ist tatsächlich auch wirklich grün hier im ärmchen da würde ich was anderes einsetzen aber das kann man ja machen dass man da einfach von dem braun noch ein bisschen was dazu nimmt dann hat sich das das hängt da so im bäumchen chillt sein leben so sieht das aus hier ist die legende wie gesagt also ich finde das grün hier von den blättern das hat da jetzt nichts verloren aber es ist nicht viel da kann man dann ein bisschen mitdenken von daher geht's fand ich sehr niedlich auch das war es jetzt mit dem video ich hoffe ihr habt das eingeblendete wörtchen oder was auch immer entdecken können und könnt das dann nachher im teil 2 zusammenfügen und mir unten hinschreiben das genau und dann könnt ihr da an der verlosung teilnehmen ich werde das aber auch noch mal im zweiten teil sagen das war's jetzt mit dem video ich wünsche euch einen wunderschönen tag macht's gut tschüss 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 tschüss